Hallo, willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Pack Opening Video. Wie dieses Pack Opening war, habe ich für euch in den nächsten Sekunden kurz zusammengefasst. Viel Spaß! Eey, hast du gesoffen oder was? Was ist denn los bei dir? Ich raste noch aus, Mann! Tschüss! Oder wer sich den Rest antun will, hier das komplette Pack Opening Video. Viel Spaß! So, wir haben zwei Spielerwahl-Spezialobjekte, zwei Megapacks, ein seltenes Spielerpack, 30.000 Münzen und wir sind automatisch für die nächste Weekend League qualifiziert, Leute. Ähm, ja, machen wir mal zunächst die Spielerwahl-Objekte auf. Ich würde mal sagen, die Eva fängt direkt mit einem an. Okay, das ging schnell. Was haben wir da? Oh, Tschechny! Ah, eigentlich geil. Eigentlich ist der geil. Äh, was nehmen wir denn da? Ja, ich finde, das Team of the Week ist halt nicht so geil. Aber da nehme ich ganz klar hier den Tschechny, auf jeden Fall. Next one. Ich kann mir jetzt auch gar keinen wünschen, ich finde das Team of the Week gar nicht so geil. Die benutze ich dann eh bei SPC-Stars, scheißegal. Du darfst ja einen aussuchen, wen du nimmst. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, boom. Ja, gar nicht so schlecht. Also Tschechny, ziemlich geiler Zug. Eigentlich kann ich halt nicht gebrauchen, aber man weiß ja nie. So. Gut. Let's go. Okay, kommt, Leute. Warte, jetzt wird's verdammt fucking spannend. Zu viele. Sechs Packs haben wir. Ein Megapack. Okay. Kein Walkout. EA, hast du gesoffen oder was, Mann? In einem Megapack, so eine Scheiße reinzupacken, Alter. Was ist denn los bei dir? Was ist das? Gut, okay. Das erste war ein Griff in die Klosche und ein seltener Goldpack, Leute. Okay, kein Walkout. Okay, aber wenigstens sind 82+. Mailand, wer ist das? Pepe Rainer. Kann ich nicht gebrauchen. Was haben wir noch drinne? Die und Lufeo, ja. Okay, das ist jetzt, äh, ja. Okay, komm. Mach das seltene Spielerpack auf. Okay, Leute. Wir machen jetzt das... Moment, Moment. Ganz ruhig jetzt. Bleib doch ruhig. Wir machen jetzt das seltene Spielerpack auf. So, jetzt Daumen drücken, dass da jetzt ein Walkout drin ist. Auf geht's. Nee, kein Walkout. Was ist denn das für ein Käse, ey? Was haben wir noch drinne? Cavacal. Okay, der ist nicht so schlecht. Bin ich schon mal interessiert, und das ist ein Caracabal, also Karneval wert. Ja, na ja. Schon bessere, seltene Spielerpacks gehabt. So, was bist du denn wert? 10.000. Yay. Wir sind reich. Next one. Drei Packs haben wir noch. Mach, äh, komm, mach ein Megapack auf. Wieder kein Walkout. Ich glaube, das wird heute nichts mit einem Walkout. Ja, guck mal hier. Komm, mach direkt. Ich will nur noch zwei. Ja, mach weg den... Ich will keine Megapacks mehr. Eins haben wir noch. Wir haben noch ein Megapack. Wir lassen es zu. Wir fern... Können wir das zerstören? Mhm. So, komm. Mach das Megapack auf. Megapack zeigt, dass du es besser kannst. Hey, ich raste noch aus, Mann. Okay, ey, es ist... Leute, es ist noch nicht mal irgendwie was... Kurz und schmerzlos. Komm. Nee. Ey, ey, was ist das für eine Scheiße, Mann. Was haben wir noch drin? Ey, es sind noch nicht mal irgendwie Spieler drin, wo man Münzen kriegt. Tschüss. Ich geh. Keine Lust mehr. Tschüss. Scheiß, FIFA! Weckspiel! Ja, ich sag dann mal tschüss. Ja, ich sag dann mal tschüss. 2,Sun sure. Also hier, wenn wir uns plus j�iteristo신ıyorsun, die Grundségier ... Für dich sool videre. Wir treten. Wir treten. Wir treten.